bin ich hier richtig ich muss hier richtig sein diese steuerung ist so wunderbar das spiel ist ja geil aber die steuerung ist scheiße ich bin auf dem richtigen weg da trete ich doch verfreude das pferd in die minz was ist jetzt ganz ruhig brauner ganz ruhig hier 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 scheine ich doch ernsthaft richtig zu sein ach ja tut mir leid wenn ich gerade nichts sage also nicht viel sage ich konzentriere mich gerade darauf hier nicht irgendwie scheiße zu reiten ich muss sagen ich bin gespannt was mich hier erwartet hier 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 bin ich auf jeden Fall richtig Hier ich meine wir sind ja an der Küste da ist bloß die Frage wo ist der Dicke wo ist unser Gegner , unser Feind, der Koloss Ja, ja, ja. Hallo? Ist hier nichts? Warum muss ich nicht hier runter? Ich meine, hier ist doch nichts. Ich musste, glaube ich, nicht hier runter, ey. Das muss an meiner grenzenlos schlechten Orientierung liegen, dass ich hier falsch bin. Ich meine, die Steuerung ist ja perfekt, also ich hatte zwar schon immer eine schlechte Orientierung, aber das muss lieber auch aufs Socken auswirken. Keine Frage. Es kann ja unmöglich am Spiel selber liegen. Gehen wir einfach mal hier. Ist das hier eine Wüste? Mann, das ist verdrecktes Schwert. Das bringt es überhaupt nicht, ey. Wo ist denn der scheiß Koloss? Vielleicht bin ich mir sicher, dass ich da unten hin muss. Ich gehe auch mal zurück. Ich bin mir sicher, dass ich da unten hin muss. Ich bin mir so, zeig ich doch auch da hin. Warum geht das nicht? Alter, warum machst du so eine scheiß Kurve? Wie nett ist... Ah, weißt du, das Shad kannst du vergessen. Ja! Ich bin gerade echt ruhig. Das heißt, ich rege mich gerade tierisch innerlich auf. Möchte es aber nicht so raushängen lassen. Jetzt zeig ich den Peller wieder da hin. Du kannst mich mal am Arsch lecken, ey. Ich gehe jetzt erstmal hierher. Ja! Ich trete das Pferd jetzt die ganze Zeit. Ist mir völlig egal. Hauptsache, das wird nicht wieder so lahmarschig. Ja. Das ist echt zuverlässig. Stumpfe Klinge, du. Na ja, du weißt mir schon den Weg. Ich merke es ja. Könnte ich vielleicht hier... Irgendwoher war ich hier schon? War ich hier noch nicht? Ja. Boah, leck mich doch, ey. Ich wollte dir diese Aufnahme hier nicht damit vertrödeln, blöd hier hin und her zu huschen. Was läuft so ganz darauf hinaus? Was schien mir das so gut an? Mann, ey. Komm, wieder hoch. Ja. Das dem Pferd nicht die Puste ausgeht, das wundert mich. Ich lasse es auf uns. Das ist das Vieh auf halber Strecke verrecken. Wir müssen laufen. Ja. Der Held von heute ist ja nämlich ein ziemlich bequemer Geselle. Also da wird es schon leicht auf dem Weg zusammen, Feind. Ja. 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 Gut. Ich zeige es da hin, aber reite ich einfach mal jetzt in die Richtung. Mal gucken. Ich erkenne rein gar nichts auf der Karte. Reiten wir einfach mal schön in die Wüste. Ist ja Küsten hier, von daher, ne? Wenn es nach dem Schwert geht, bin ich hier goldrichtig. Alter, ey. Zeig mir doch mal den richtigen Weg, du Missgeburt. Hier ist so viel Sonne, ey. Hier ist so viel Sonne, ey. Und jetzt ist so viel Sonne, ey. Ich muss das denn? Ja. Ich muss das denn? Ja. Komm, ich möchte speichern. Ja. Ich überspeichere es einfach. Speicher, schneller, 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 schneller. Yay. Jetzt sind wir 10 Minuten doof durch die Gegend gehüppelt. Und warum? Weil das Schwert doof wie Schifferscheiße ist. Danke, Gaul. Vielen Dank, ey. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Ich kapier's nicht. Ich bin jetzt verarschen, oder was? Ja. 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 Doch da runter. Warte, willst du mich verarschen, oder was? Mach mal langsam, du dummes Vieh, ey. Da war ich doch eben. Komm, lauf. Lauf, bevor ich mich vergesse. Upsa, ja, ja. Willst du mich verarschen, jetzt sag nicht, da ist eine Höhle. Habe ich die nicht gesehen? Sag mir nicht, das ist eine Höhle. Ich bin da jetzt dreimal her. Oh. Komm, gib Gas, ey. Schon ein bisschen peinlich, muss man ja mal sagen, ey. Alter. Ich kann doch nicht so blind sein. Ich kann. Was ist das für einer? Alter. Ich bin blind, aber ich sehe ihn trotzdem und der ist riesig. Wow, 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 wow. Wieder das Bein. Ey, zerfritt mein Pferd. Ich mach dich kalt. Ich geh mal ein bisschen zurück und guck ihn mir mal genau an. Ich verstehe. Ich verstehe aber auch ein bisschen planlos durch die Gegend. Nein, 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 nein. Nein, 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 wir razem mit dem Temple. Das war's für heute. Tja, was muss ich machen? Was muss ich machen? Überleg, überleg. Überleg, überleg. Tadro! Das war's. Ich war heiß. Ich war heiß. Ich war heiß. Ich war heiß. Ich zeige mir immer die Quanten an. Die Sohle, aber wie komme ich denn an die Sohle? Man muss sich ihm reinstechen, wenn er mich zerstampfen will. Guck mich an. Ich war heiß. Hä? Warum hab ich denn den Bogen auf einmal her? Egal, ich hab den Bogen. Ja, ich hab den Bogen. Was ist denn jetzt? Ach, an der Seite kann ich dann hochklettern. Haha. Ich wusste halt, dass ich einen Bogen habe. Ist ja schon interessant. Ist ja schon interessant. Wollen wir mal schnell gucken. Wollen wir mal schnell gucken? Jawoll! Jetzt kann's ja losgehen hier. Jetzt kann's ja losgehen hier. So, mein Freund, jetzt bist du gleich geliefert. Gut. Wow! Ohhhhhhh. Los Krabbel weiter. Nein! Mann! Oh, hat die Musik ausgesetzt. Ich bin gerade echt leise. Das sagt aber auch aus, dass ich mich extremst konzentriere. Es tut mir leid, wenn ich nichts sage. Nein! Meine Rüder Gaul! Halt's Maul und lass mich klettern. Ohhhhhhh. 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 Halt's Maul und lass mich klettern. Halt's Maul und lass mich klettern. Ich versuch mal was. Das ist gar nicht mal so leicht. Aber ich habe das Gefühl, ich stürze gleich wieder ab. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Meine Fresse eyy. Oh, das nervt. 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 Kurz ausfüllen. Ja, wir werden uns abschütteln, aber das schafft er nicht. Hey, warum nutzt du dich? Warum ist das Zeichen weg? Ja, geht auf. Ja, geht auf. Ja, toll gemacht. Ich fall einfach mal runter. Jetzt verstehe ich. Ich muss ihn noch mal in den Knie zwingen. Mann, ey! Ich weiß, die Steuerung ist echt scheiße. Habe ich das schon mal erwähnt? Götter, 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 Götter! Woah, woah! In den Hintel! Bats! Yeah! Endlich! Endlich! Woah! 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 Er geht zu Boden. Geschafft. Meine Fresse, war das ein Akt, ey. Ja, ich möchte es speichern, ich möchte das nicht nochmal machen. Ja, wie lange haben wir dafür gebraucht? 20 Minuten, hey, ist doch nichts. Ja, supi, vollständig. Verschwindet! Der zweite Feld. Oh, gut genug gepennt. Euer nächster Feind ist ein gewaltiges Dach. Du warst in der Lüfte, Lüfte. Der Zorn des Schlafens erschüttert die Erde. Okay. Okay. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr quatschen, jetzt muss ich mich nicht mehr konzentrieren. Das war wirklich ein moderationsarmer Kampf, wenn ich das mal so sagen kann. Okay, ich muss in die Richtung. Okay. Okay.